so hi und hallo mal wieder ja ihr habt richtig gelesen und ja ihr seht richtig das sind ja die neuen lego city extreme action wunder tüte nummer eins für neun euro neun euro jetzt ganz ehrlich also pro mini polypack drei euro ja die figuren steigen auch an wert der taucher ok helikopter oder möchte gern hubschrauber es geht aber drei euro dafür besonders das motorrad oder hier die raupe ich weiß nicht findet ihr das korrekt seid ehrlich schreibt es mir in die kommentare und deswegen öffne ich jetzt erst mal vier weitere lego city extreme action wunder tüte nummer eins für neun euro damit ihr sehen könnt was ich drin hatte was ihr höchstens erwarten könnt und ich verlinke euch irgendwas von lego city sicher bequem und wahrscheinlich auch günstiger ist auch wenn es teurer weil es ein größeres set ist also was günstiger ist verlinke ich euch und wenn ihr den link benutzt danke danke dafür unterstützte meinen kanal so und jetzt möchte ich ich werde jetzt in jedem video was dazu sagen dass ich jetzt so mache mein kanal so wie ihr den kennt wundertüten magazine unboxing schwachsinnige video es bleibt für euch für dich für dich und für dich kostenlos ihr braucht keine angst zu haben ich lese gerade schon die kommentare ob das nein es bleibt für immer kostenlos das verspreche ich euch ich bin es da so groß geworden durch euch und es bleibt einfach nur kostenlos die mitgliedschaft videos ist was ganz anderes und da habe ich auch schon was zu gesagt dass ich da nicht so oft videos hochladen kann das ist rein nur wenn ihr das bezahlt das ist eine unterstützung für meinen kanal mehr nicht es kommen da zwar filme aber seltener wie hier mein haupt format ist dieses hier diese plattform sie bleibt für immer kostenlos ist so also ihr braucht keine angst zu haben weil viele schreiben schon die möchten dafür nicht bezahlen und trotzdem sehen braucht er nicht aber nichts zu trotz fangen wir jetzt mal an die vier lego city extreme action wundertüten auszupacken und mal schauen was ich drin habe weil jedes mulli mini tütchen mini politik wie ich mal dazu sagen kostet drei euro also magazin okay löwen baby wir wissen lego und tiere sind teuer aber der der eine oder andere kennt meine video schon habe ich jetzt fast immer drin gehabt ja ihr hört mir nichts sagen weil dieses polizeimotorrad in weiß drei euro jetzt dieses tütchen wer ist euch wert weil so viele davon braucht man nicht aber wer ist euch wert ganz ehrlich ihr könnt es einfärmen ich habe ja gesagt wie mit nagellack dann glänzt es so schön in schwarz für batman schätze ich meine auch blau für captain america oder sonstwas aber ihr wisst was ich meine die kann man färben so wie ihr wollt aber trotzdem drei euro dafür jetzt seid gerne ich würde das auf dem flohmarkt wochenmarkt im internet irgendwo für drei euro kaufen so jetzt haben wir den hubschrauber helikopter mit zwei roter blätter und nicht vier da haben sie ja ihr wisst ja wie ich darüber mal läster weil es nur zwei sind ein hubschrauber helikopter hat vier so dafür jetzt drei euro würde gehen der pilotenhelm die steine wenn die steine andere farbe werden wäre natürlich viel cooler dann wäre das natürlich viel optimal maler dafür drei euro auszugeben aber wie gesagt das ist nur meine meinung ihr könnt eine ganz andere haben ihr seht 333 hier schreibt mir auf jeden fall den kommentar wofür ihr drei euro ausgeben würdet so komme ich zu zweit ah das ist ein baby Ah, Helikopter. Hier sind drin, wie gesagt, 30 Teile würde noch gehen, 3 Euro. Hier sind 13 Teile drin und hier sind glaube ich auch bloß 18 oder sowas drin, weiß ich jetzt gar nicht. Aber sind auf jeden Fall auch ziemlich wenig drin. Da sind die meisten Teile drin. Gleichen und selben Mini-Polypacks. 3, 6, 9, 12, 15, 8. 18 Euro liegen da schon. Nein, da kriege ich schon ein super kleines Set. Ist so. Oder ich gebe noch ein bisschen mehr außer drittend was zu spielen, was auch ein Wert steigern ist. Die Tüchchen, wenn man die aufhabe, wisst, dann sind die nicht wertsteigern. Ich ahne Böses. Ich ahne sehr viel Böses. Das Böse hat mich eingeholt. Also, wenn ihr wahrscheinlich diese Wundertüte kauft, die Lego City Extreme Action Wundertüte Nummer 1 für 9 Euro, habt ihr das drin, wenn ihr euch schon einige gekauft habt, hattet ihr das gleiche drin, schreibt es für alle anderen Zuschauer natürlich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass einer dies hier noch haben will. Dies hier wahrscheinlich noch haben will. Und Lego City Magazin Abonnenten sowieso nicht. Die haben das schon alle. Alle, die neu einsteigen, die vielleicht den Hubschrauber brauchen. Oder das hier, weil sie das bei Jurassic World mit einpacken wollen, kann man sehr gut. Dann verstehe ich das. Aber sonst wirklich nicht. Das ist so. Aber ich öffne sie jetzt. Die vierte und letzte Lego City Extreme Action Wundertüte Nummer 1 für 9 Euro. Und ich ahne Böses. Und ich ahne Böses. Ja, ich ahnte nicht nur Böses, es ist Böses. Aber wie gesagt, dieses Mini-Polypack mit 30 Teilen ist das, was man einmal 3 Euro ausgeben kann. Weil der Pilotenhelm mit dem Sauerstofftank da drunter kann man bei jedem Flugzeug, kann man sogar bei Star Wars mit einsetzen. Ich bin jetzt direkt ein anderes Visier, nicht das blaue, das schwarze. Dann diesen, ja, kann man sich vernünftige Star Wars Figur mitleihen. Das ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz. So. 3, 6, 9, 12. Jede Reihe 12 Euro. Ist es euch wert? Ja oder nein? Ich verlinke euch natürlich irgendwas von Lego City. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, danke, danke dafür. Unterstützt ihr meinen Kanal. So. Und jetzt schreibt ihr mir auch in den Kommentaren, wie ihr die Wundertüte findet. Was ihr davon haltet. Und wenn ihr euch ein oder mehrere gönnt, dann mehr. Nein, mehr auf keinen Fall. Ist das Geld zu schade. Hattet ihr das Gleiche drinne? Schreibt es mir auch in den Kommentaren. Für mich weniger. Ich weiß, dass immer das Gleiche drin ist. Aber für alle anderen Zuschauer. Und dann nochmals. Dieser Kanal von mir bleibt kostenlos. Er bleibt kostenlos. Und das ist das Wichtigste. Für den Daumen hoch. Freue ich mich auch hier. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu. Joel.